leute was geht damit herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft ja in der letzten folge haben wir episode 1 beendet und heute geht es dann in den nächsten folgen in episode 2 da gehen wir jetzt mal start montage erforderlich zack black screen okay jetzt passiert previously on minecraft story mode heroes can come from unlikely beginnings and broken friendships can lead to dark rival when the world is in danger fate calls on the ordinary to do extra ordinary and go on journeys they only dreamed of our heroes thrown together by fate must now seek help from a legendary artisan of chaos but the question remains will it be enough to save the world das ist die frage ob das reicht um die welt zu retten na gut wir sind gerade im nether unterwegs und ja dann gucken wir mal ja komm es macht schon spaß wir zeigen sie so wissen nicht so äh nicht so schön äh nicht so schön äh 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 mal schnell ja hinter ihr ist ja schlimm ach du scheiße das gucken wir mal also ich sollte mal also jetzt kann ich auswählen wir können entweder ein schwert mitnehmen ähm was hatte ich das jetzt gerade weil sie den schon ausgewählt oder wie ich wollte eigentlich einen bogen nehmen ah ok sehr gut bogen hä wieso geht das jetzt nicht jetzt hat es funktioniert irgendwie war gerade verbuggt ich hatte irgendwie gerade schwert und bogen gleichzeitig nahe ich weiß auch nicht habe das gerade gesehen das war irgendwie gerade ein bisschen verbuggt keine ahnung jetzt haben wir dafür unsere ganzen pfeile verschwendet ist auch scheiße äh äh alles klar ja gut gut boom tschau aha 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 dann wollen wir mal gucken oh minecraft story mode tete games präsentiert in zusammenarbeit mit ja sieht man nicht so richtig ok naja ja standard text halt ähm ne gucken wir mal ähm ähm ja gut ok hier lang ich glaube die sind hier ein bisschen suizid gefährdet kann das sein weiß ich nicht wo ja gut alles klar genau ok dann kommen wir mal den kaktus an der ist ja richtig interessant wow ein kaktus du siehst nicht nach Hause ich kenne sie als Souvenir aber ich will sie nicht in meinen Händen ja gut könnte ein bisschen stacheln werden ja gut Bannerwand ich kann ihn normal ansehen na gut dann reden wir noch ein bisschen mit Axel der ist jetzt ganz außer sich hier das ist Wahnsinn das ist Wahnsinn ja gut dann gucken wir uns diesen Banner noch an ähm nur der grüne Teil ja gut die grüne Teil ist das ist weirr ja ja und schau es gläht es glähter wenn ich es in bestimmte Regionen schau warte mal warte mal achso mit der Maus alles klar ne das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus das sieht nicht gut aus ja 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 Sack Hey so you know what the best time of year is to visit boom town let me guess fall no no Hahahaha ach du scheisse later dingus Nur eine Weg aus einer Pid. Axel! Jesse, da bist du. Also ich habe den Fischer komplett verbrannt, und sie waren alle schockiert. Wo ist das Amulet? Da. Ähm, oh Psychein, das ist ja hart Ah, das kann schon sein So Oh 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 bad Mal schnell rüber hier Ähm, ich gehe lieber aus dem Weg, das ist besser Okay, little amulet, show me the way Of course, not sure what I'll do when I get there But that's future Nor's problem Mein Amulet, mein Amulet, kuh, 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 kuh Oh oh Mein Amulet Oder auch nicht Ich glaube, wir nehmen uns das mal selber Oh oh TNT ist uncool Oh, scheiße Axel, Magnus is somewhere in that building above us, he's gotta be close Then quick, toss me the Amulet Ähm You're surrounded by briefers and they're gonna tear you apart Ja, es könnte vielleicht eine gute Idee sein Geben Hey, don't worry about me, I got this Okay, dann machen wir das so Eier Zack, Aua Weg mit dir Weg Weg Und auch du noch Nicht weg, mehr weg, okay Oh, Feuer und TNT Uncool Easy Alles klar, mit feiner Dings Well, I'm glad everyone is safe Scheint ihn entscheidlich zu interessieren Good boy, Ruben Magnus, here we come Dann tun wir das mal Huh, maybe it's, I don't know, locked or something That's the thing people do, do important doors, right? Ja, eigentlich Anklopfen Hm Oh, okay Ja, das war ja jetzt Komm, Pfeiltür, das sieht man ja wohl Das war eine Das war so eine billige Falle gerade irgendwie Ach du Scheiße Nicht in die Lava fallen, nicht in die Lava fallen Sehr gut Holen wir das mal Ach du Scheiße Wir sind keine Griefer Wir sind keine Griefer Ich meine, der Mann Er hat Griefer geschrieben All over uns Man, du wirst nicht wissen, wie viel das für mich bedeutet Aber er ist ein größter Fan Ja Ich meine, ich bin nicht der größte Fan Genau Also erzähl mir was, nicht Griefer Wie hast du mich gefunden? Hast du mit jemandem gearbeitet? Oder vielleicht hast du einen Griefer Die Welt steht vom Untergang Du hast mich inträgt Du hast mich inträgt Go on Du hast mich inträgt Es ist ein großer Monster Eingert die ganze Welt Und nichts kann ihn stoppen Das ist warum Gabriel uns Reunitert das ist Magnus Du musst mit uns Du kannst du 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 mit uns Hm Na gut Aber es ist die Wahrheit Du bist Magnus, was ich sage, ist wahr. Du musst mir glauben. Okay, okay, du hast mich gewonnen. Ich bin in. Oh, aber wir haben ein bisschen Probleme raus. Huh? Du bist Magnus. Du kannst einfach raus raus. Hm, na ja. Ich weiß nicht, ob du in diesem Ort geschaut hast, aber es ist ziemlich voll von Reepern. Aber das ist ziemlich großartig, nicht wahr? Nein. Du hast gehört über das ganze «challenging the king for his crown» Ding, nicht wahr? Es ist wie ihre Sache. So long as I'm king, I can't leave this town. Ich weiß, wie du fühlst. Nein, du nicht. Du bist richtig, ich nicht. Wir schmuggeln nicht einfach raus. Schau. Schau. Ich bin zu gut und ich bin zu weich. Es ist wie ein witziger Psycho. Naja, ob das so geil ist, wissen wir nicht. Ich meine, hey, ich bekomme mich auf ihre Hände zu spüren. Ich glaube, das ist ein... Ich bin der Neuen König. Aber dann säßen wir ja hier fest. Das ist auch nicht so positiv. Oh, schade. Na gut. Die Deathbowl hat nie gesehen, die Karnage, die wir jetzt kreieren. Äh, was ist die Deathbowl?